konnichiwa hier ninjas da draußen heute wieder zu einer folge super mario maker 2 zusammen mit mir im gmus mit auf dem gaming ninjas kanal und zwar mit der story noch oder story auch nicht mehr sondern die story level die halt noch übrig sind die wir hier machen müssen es sind nicht mehr allzu viele es wird weniger so schuh versus wolke dieser level sollte alle zum schwitzen bringen leider fehlt mir die zeit ihn auszuprobieren aber dafür gibt es ja eine lösung outsourcing heißt das zauberwort also wer möchte für mich dass goombas ihre schuhe klauen und über die mampha ins ziel laufen ja probieren wir es mal und machen diese diese job beschreibung hier einfach mal komplett mit unserem kleinen super schönen mario schöne ding fliegen ja lasse ich mich auf keine spielchen ein was ist in der röhre nix nix für uns ein anderer schuh ja mal hier in den abgrund springt runter mit dir so flipp er macht die wölkchen kaputt wir haben wölkchen können doch nix für so ab in die röhre dann so pranja ist platten meine leib speise auch über ihr kuppers ich komme Ach komm. Lass ich sie mal. Brauche ich den Schuh? Für das One-Up vielleicht. Plopp. Ach, böse Würmchen. Kettenhunde. Auch kein Problem. Hier ist ein Schuh. Da, da, da. Da. So. Erstes Level für heute schon wieder geschafft. War auch schön. Einfach. Auch eine schöne Idee dahinter. Jetzt zwar nicht unbedingt überragend diese Idee. Aber war auf jeden Fall vorhanden. Schloss der Hotheads. Vor langer Zeit erkunde ich eine unerträglich heiße Festung. In der es Hotheads von der Decke regnete. Kannst du wie ich damals einen Käferpanzer auf den Kopf setzen und lebend entkommen? Ja. Dann gehen wir mal Gas. Mal gucken. Schloss der Hotheads. Gucken wir mal, was das Schloss so kann. Ups. Ich springe in den ersten Hothead, der von der Decke kommt. Läuft bei mir. Und das ohne Helmut, ohne Alet. Das ist super. So. Hallo Hothead. Das ist ein Autoscroll Level schon wieder. Auf jeden Fall will ich schon mal diesen Pilz. So. Aber wo ist, äh, die Decke tropft? Mami. Der war fies. Muss ich jetzt einfach mal so zugeben. Wann kriege ich meinen Helm? Ich kriege ja gar keinen Helm. Oder habe ich den übersehen? Natürlich. Jetzt Hotheads. Zumindest habe ich schon mal die Mitte des Levels. Hier ist nichts drin. Natürlich nicht. Wieso denn auch? Da ist eine Blume drin. Eine Feuerblume. Ist ja logisch. Ist ja noch nicht heiß genug hier. Äh, deswegen nochmal eine Feuerblume. So, jetzt habe ich zumindest mal einen Helm. Trinkt mir der überhaupt was? Äh, ja, es tropft noch mehr von der Decke. Ja, schon mal schön zu sehen. Nicht unbedingt schön zu sehen, aber, äh, schön, dass wir von der Decke kommen. Und momentan, dort steht alles eigentlich relativ schön. Oh, Zehnermünze erwischt. Ach, natürlich ist der Helm weg. So, aufsetzen. Hey, Lakito, wie geht's dir so? Du wirst doch Hotheads, oder? Ja, natürlich wirst du Hotheads. Du auch, oder? Ihr seid zwei so olle Hotheadwerfer. Oh, ihr seid mittlerweile drei. Geiler Scheiß. Kann man mal machen. Ich bin gleich durch, Jungs. Also, ja, natürlich kommt von unten noch ein Hothead hoch. Kann man ja voll mitrechnen. Kann man ja voll egal mitrechnen, dass von unten auch noch so ein Hothead kommt. Eigentlich schon, aber ist eigentlich so die übliche Form, dass sie von unten kommen. Ich war halt nicht drauf gefasst, muss ich sagen. So, nächstes Level. So. Ah, es wird weniger. Super. Hä, hatte ich noch nicht noch Level 90? Ach, keine Ahnung. Blobber Feuerwerk. Irgendwie gehen welche verschwinden. Ich habe C, Blobber auf einer Planeten mit geringer Schwerkraft gebracht. Kannst du alle von ihm besiegen und ins Ziel schweben? Halte begedrückt, um einen Supersprung von ihren Köpfen aus zu vollführen. Besiege alle Blobber. Ja, 10. Und Ziel erreichen. Ja, kriege ich hoffentlich hin. Ähm. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich glaube, ich kriege es hin. Bis jetzt haben wir noch jedes Level geschafft. Auch egal, wie viele Anläufe wir gebraucht haben. Es geht nur meistens um die... Oh, stimmt ja. Wierigere Schwerkraft. So, ich muss auf die nächste Feder warten, glaube ich. Sonst kriege ich die nicht. So, ich kann sogar noch langsamer. Also das ist schön, wenn ich langsamer kann. So. Okay. Da sind die Blobber. Oh. Ach, egal. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Äh, schönes, kleines, gemütliches Level. Ich war wieder sehr angestrengt. Ich weiß, weil ein Fehler ist da tödlich. Ähm, da ist halt das Level mal vorbei. Ist halt nicht anspruchsvoll. In keinster Weise. So. Nächstes Level. Es sind wieder mehr hier drin. Voll komisch. Guter Lakito, böser Lakito. Gehehe, diese Wüste wird von Lakitos beschützt. Doch was ist das? Manche von ihnen wollen den Besuchern helfen, anstatt sie anzugreifen. Bah. Ungehorsam. Verrat. Sabotage. Okay. Kommt mir nicht klar, wenn welche doch nett sind. Gucken wir mal, wie Lakito hilft. Oder auch nicht. Ach, der wirft Pau-Blöcke, der Lakito. Oh, jetzt könnte ich einen Pau vertragen. Danke. Äh, ich könnte noch einen Pau vertragen. Danke. Jungs, ein Pau. Danke. Ah, da können böse Vieh hier. Pau. Oh, noch ein Pau. Ist ja fast Pau-Verschwendung. Pau. Pau. Alle töten. So schnell es geht. Da ist noch ein Pau. Hau mal drauf auf den Pau. Großen Stern, wieso auch immer. Können wir Lakito töten? Aber der hilft mir gerade. Wieso springe ich da runter? Ah, okay. Ich wollte die Münze, ne? Ich bräuchte eigentlich ein Lakito seine Wolke. Ist halt nicht, ne? Muss auch nicht immer sein. Ein Hammer, Bruder. What? Noch einer. Ja. Es ist mal gut. Man muss ja nicht immer gleich so agieren. Aber fängt die Bombe irgendwann an, bombig zu sein? Er wirfbomben? Joa, lass mal. Lass mal stecken, Lakito. Ich muss mich freisprengen. Ist ja schade. Aber zum Glück schaffe ich es doch rechtzeitig. So, durch. So viele böse Lakitos waren aber nicht da. Da waren eher mehr freundliche Lakitos da. Ist mir eh lieber, aber... Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass da mehr freundliche als böse waren. So. Jetzt habe ich wieder bis 90. Komisch. Dazwischen fehlen auch wieder welche. Bomb-Oms und Münzen. So. Wir treiben heute meine unerträgliche Langeweile. Ich habe Münzen verteilt und wer 50 davon vom Himmel holen kann, hat bestanden. Halte Y gedrückt und Bomb-Oms in die Hand zu nehmen und halte L nach oben und lasse den Knopf los, um sie hochzuwerfen. Sammle mindestens 50 Münzen und erreiche das Ziel. Okay. Hört sich wieder machbar an. Vor allem, ich muss nicht alle sammeln. Ich muss nur 50 sammeln. 50 ist eine Zahl, die kann man nehmen. So. Ende. Ein feiner, aber kleiner Unterschied. Ach, die machen Feuerwerke. Lol. Huff. Was machst du hier? Du gibst mir... ...einen von denen hier. Muss ich aufpassen. Muss ich aufpassen und dann springe ich mit dem Arsch ins Gesicht eines Bomb-Oms. Hey, sehr bombig. So macht man das. So. Vor allem, weil noch so eine schöne Feuerwerk-Animation kommt. Finde ich schön. Boink. Ah, da kommen noch zwei runter. Nehme ich mit. Aber die letzte kommt nicht. Schade. Als er den Dingels nicht erwischt, ist ja fast ein Skandal. Fischi. Boah. Fischi wäre mir beinahe zum Verhängnis geworden. Ah, fuck. Habe ich zu lange in der Hand behalten. Aber ich wusste ungefähr, wie es geht. Man muss ja eigentlich nur die an der Münze einsammeln, oder? Nein, Luigi. Ich kriege das hin. Glaub es mir. Junge. Kein Vertrauen in mich. Puff. Da fallen auch wieder zwei Münzen. Nehme. Nehmen wir. Drei, zwei, eins. Und hoch damit. Hoch die Tassen. Nochmal zwei Münzen mehr. Hallo, Bomb-Omp. Hoch mit dir. Puff. Die letzte kommt auch noch. Da brauche ich ja nur noch 22. Ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn erwischt, den üblen Täter. Den Fisch ausweichen. Konnt geschafft. Na, schade. Ja, es geht. Das könnte ich eigentlich durchrushen. Das mache ich auch. Kamek ist auch noch da. Schön, schön. Aber ich habe ja alle 50. Also, pff. Wieso soll... Oder 50 Stück gesammelt. Also, wieso soll ich dann noch länger in dem Level verbringen? Ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Ähm. Kann man sicherlich noch ausbauen. Bisschen trickier gestalten. Aber, so alles in allem ein tolles Level. So. Sind es wieder auf wundersame Weise mehr geworden? Ja, irgendwie schon. So, der Steinquader des Schicksals. Junger Freund, in meiner neuen Attraktion gilt es, einen Steinquader zu schleppen. Und ja, das ist so schweißtreibend, wie es klingt. Nur echte Stars der Manege werden das Ziel mit dem Steinquader in der Hand erreichen. Und dem Preis entgegennehmen. Erreiche das Ziel mit einem Steinquader. So, dann machen wir mal. Und versuchen, den Steinquader hier durchzuschleppen. Was mit dem Steinquader finde ich ehrlich gesagt echt irgendwie komisch. So, vor allem schon wieder welcher Steinquader. Ich geh mal in die Röhre hier. Oh, ich hab hier einen. So. So, gucken wir mal in die Tür. Ich fall runter. Ich fall halt echt runter. Das war jetzt lächerlich. Hat jetzt nicht sein müssen. Also, ich brauch halt zig Schlüssel. Deswegen die vier Türen. Also, erstmal die vier Türen ohne Steinquader machen. Dann, glaub ich, läuft es. Ich brauch den Steinquader. Ich brauch den Steinquader. Ja, ja, komm. Mario, das ist noch nicht. So, jetzt erstmal hochkommen ohne gleich zu sterben. Den Rhythmus abwarten. Boah. Wenn man den nicht gleich erwischt, muss man es bleiben lassen. Ey, wieder nicht. Renn doch das Stückchen weiter. Also, ich schimpfe nicht mit Mario. Ich schimpfe mit mir selber. So fair bin ich dann schon jetzt zu dem Beklempner. Ich renne halt nicht weit genug. Aber jetzt haben wir es. Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich den Steinquader da hingeschickt habe? Nix. Ich dachte, der bekommt den Schlüssel. Ah, ich habe dann freie Bar mit Marzipan. Jetzt habe ich es. Äh. Nein, Luigi. Ich habe es kapiert. Ich war wieder mal blöd. Ey. Wenn man auf dem Schlauch steht, dann steht man so richtig auf dem Schlauch. Ah. Rauf damit. Äh. Geht das schon wieder los? Ja, nicht weit genug laufen. Wieso denn auch? Da. Der blockiert jetzt den Weg der Kugelwillis. Deswegen kann ich jetzt hier ganz easy durchlaufen. Und den Schlüssel mitnehmen. Und hier äh. Wieder aufmachen. So. Und durch hier. Puh. Da musste ich ein bisschen gegensteuern. Ein bisschen. So. Erster Schlüssel haben wir. Ich brauche noch einen Schlüssel. Also ich brauche alle Schlüssel. So. Erstmal gucken. Ich glaube, den brauche ich da nicht. Ach. Wieso bleibe ich da stehen? Ey, Junge. Äh. Da war ich jetzt verpeilt, weil ich gucken wollte, was da passiert. Man kann auch hübsch verballert sein. So. Geh mit, du Stein. Werfen mal hier hin. Ey, natürlich. Wieso soll es aufs erste Mal klappen? Warum damit? Oh. Kugelwillis kommt. Keine mehr. Ey. Wie aggressiv. So. Plöpp. Ab durch die Tür. Nächste Tür. So. Ich lege die mal hier runter. Ähm. Hier. So. Runter damit. Perfekt. Hammer. So. Nächster. Nächste Tür. Zwei Schlüsselhammer. Zwei bleiben noch. Okay. Das war blöd. Wieso gehe ich nach vorne? Der Mini-Schritt hat mich getötet. Ei, ei, ei. Nochmal. Kann doch nicht wahr sein. Die ersten zwei können wir ja mittlerweile. So ein bisschen. So, zack. Den nach vorne schmeißen. Ist ja alles kein Problem. Nehmen. Dieses Mal bitte will ich es aufs erste Mal schaffen. Ja. Danke. Es geht doch. Mal den hier hochwerfen. Dankeschön. Kugelwilli. Könntest du bitte vorbeizischen? Danke. Immer wieder schön. So. Gibt Gummi. Ist eigentlich da noch was? Ne. Hat nur so ausgesehen. Ja. Pi. Geschwindigkeit. Oh. Komm hoch. Ab durch die Tür. Also mit dem Steinquader, das ist schon eine Schlepperei. Da tut mir Mario auch irgendwie leid. Aber ja, hat sich den Job ausgesucht als Weltenretter. Schlüsselhammer. Schlüsselhammer. Der war ja auch nicht so schwer. So. Der dritte bitte. Auf den dritten muss ich auch erstmal kommen. Genau. Irgendwas mit dem Stein. Da bin ich mir sicher. Werfen wieder oben drüber. Das war nix. Das war nix. Lol. Ich hab ihn hochgeschoben. Geil. Ich werf mal den hier rüber. Wie komm ich jetzt hier rum? Ohne dass ich sterbe. Oh. Ich komm rum. Nein. Gib her. Oh. Danke. Passt. Drei Schlüssel. Das muss der letzte noch. Der letzte wäre auch noch schön. Muss der Stein darüber oder ich? Stein hängt an der Angel. Aber was bringt der? Muss ich auf dem draufstehen? Tatsache. Ich muss auf dem draufstehen. Lol. Geh. Probier ma's mal. Vielleicht bekomme ich's da hin. Ja. Es sieht momentan nicht mal so schlecht aus. Schlüsselhammer. Mir ist jetzt nicht wirklich der Stein da fallen. Oh. Danke Spiel. Danke. Also hier einen neuen bekommen. Boah. Ich dachte schon, ich bin RIP. Oh. So viele Türen. Boah. 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 So. Boah. Stein ist dabei. Perfekt. Hoho. Durch mit Stein. Es geht doch. Es geht doch. Ganze neue Münzen eingesammelt. Viele waren nicht. Aber 300 Münzen fürs Level alleine. So. Aber. Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Schreibt mir was in die Kommentare. Schreibt mir was in die Kommentare. Vor allem eure Levels. Gebt einen Daumen nach oben. Und ja. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Ich sage ciao und tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.